Ich raume heute wieder alle Automaten aus, die ich in Notruf Hamburg finden kann. Und da vorne auf meinem Privatserver hier schon der erste, Leute, Cookies und Energydrinks. Ich am Ende habe, ich habe nur noch drei Energydrinks und alle anderen Sachen sind schon leer, Leute. Boah, wir müssen richtig reinhauen. Seid gespannt und schaut bis zum Ende, damit auch ihr keine Automaten mehr verpasst, um immer genug Vorrat zu haben. Jetzt noch schnell abonnieren und sich aufs nächste Video freuen. Viel Spaß. Ja, sehe ich doch auch, meine ersten Leute. Hier oben ist ja auch sogar... Oh, zwei Energydrinks. Hier oben sind ja auch sogar ein Wasserfall. Das ist ja auch alles nicht mehr gefroren. Jetzt kann man da hochschwimmen. Hä, Fanny. Müssen wir mal gucken, ey. Vielleicht kann man irgendwie aus der Map raus. Das wäre auch mal was. So, Leute, ab zum nächsten. Jetzt müssen wir aber einmal zum ADAC fahren und der Automat ist auch nicht hier, ey. Oh, ey, gerade Geld beim Automaten gelassen. Das ist ein Minusvideo. Und genau für die Fälle brauche ich, ähm, eine Waffe, Leute. Ich habe mich ja sowas von an dem gerecht. Ey, Leute, jetzt kommt dieser Bugatti ja nicht über so einen Bordstein rüber, ne? Das ist das eh das Dümmste an diesem dummen Spiel manchmal, wirklich. Ah, es nervt so. Vor allem ist so ein hart bekanntes Problem von diesen Admins. Und die raffen wir einfach gar nichts, Alter. Wie kann man so blind sein? Oder sich halt einfach, ne, die interessiert es halt einfach nicht, Leute, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Also so welche Probleme werden ja nicht schwer zu fixen mit so einem Auto. Das ist ja, ist ja nicht nur das Auto, was Probleme macht bei sowas. Das ist ein vernünftigen ADAC-Dienst einfügen. Den Job ein bisschen besser gestalten, dass es mehr Fälle auch außerhalb von menschlichen Sachen gibt. Aber nee, das checken die wieder nicht. Ah, Leute, da könnte man echt ein ganzes Video drüber machen, über was mich die Notruf-Hamburg-Admits aufregen. Aber reicht, dass die hier genug Aufmerksamkeit durch das Game kriegen, Leute, ehrlich. Unverdient. So, hier ist direkt wieder Polizei. Alter, ey. Ein LKW-Fahrer. Okay, Leute, wir besorgen es jetzt eine Waffe. Ich kann das hier nicht länger mit ansehen. Ey, das ist der dümmste Dealer, den es gibt. For real, Leute, for real, for real, for real. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich. Was soll das? Warum macht man das so? In so einem Garten? Macht so gar keinen Sinn. Da stellt sich auch so ein random Dealer hin. In so einem Garten. 61.000 Euro, Leute, wir brauchen unbedingt mehr Cash. Weit Armen hier. Egal, ich fahre Bugatti. So, Leute, wir fahren zurück. So, jetzt fahren wir... Ah, da ist er ja. Wir haben noch eine andere Polizei geholt. Ein Reifen kaputt. Und auch er ist kaputt. Sehr nice, Leute. Joa, ne? Karma. Lkw-Fahrer sind geschützte Personen, Leute. Unschuldige. Zivilisten. Die haben nie was getan und können auch nichts tun. Die mobbt man nicht. Ich bin der Schützer der... Äh, ganzen Einheit. Da hinten ist... Da hab ich... Ne, auch keine, Leute. Oh. Der ist aber auch K.O. Gott sei Dank. Wollte nicht schon wieder in so ein Ding fahren. Ja, hier ist Dings. Aber, Leute, in dem Video, ich bin ganz ehrlich mit euch. Da braucht ihr nicht mit bei sein. Ich farm einfach nur Automaten. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Wird hier ein nach dem anderen geblitzt? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ne, wir haben den Server gewechselt. Jetzt können sie natürlich wieder alle außerhalb sein. Oh, ich hasse das. Gar kein Erfolg. Einfach nur absolut Minus gemacht. Guck mal, wie asozial. Okay, der wollte es wissen. Der wollte es wissen. Ja, ja. Und von hinten. Ach, die Munition ist schon gleich leer. Ich sollte nicht immer so viel auf Auto schießen. Ja, gut. Wir machen weiter. Wir suchen Automaten. Automaten, Automaten. Das kann doch nicht wahr sein. SIK, ja, dann gehen wir mal aus dem Weg. Haben sie die Anzahl an Automaten verringert oder was? Wie viele sind denn auf öffentlichen Servern einsehbar, sage ich mal? Weil ich sehe keinen. Da sollte einer sein. Hier hätte einer sein können. Schon wieder zwei Stellen. Beim Krankenhaus hätte... Da steht einer. Endlich, Leute. Erfolg. Oh, da ist auch endlich wieder Erfolg zu sehen. Leute, wenn das so weitergeht. Ich dachte, das wäre einfacher. Also, was ist denn mit den Automaten los? Die Spawnrate ist ja so random jetzt. Hat ja gar keinen Sinn. Die, 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 die. Guck mal, wir haben gerade mal vier und acht. Da ist kein Automat. Da ist auch kein Automat. Da ist auch kein Automat. Leute, das waren schon wieder drei Plätze. In der Stadt waren schon kaum welche. Oh, es war so klar. Ey, du bist so ein Kekko. Ja, ohne Witz. Was ein Kekko, Leute. Was ein Kekko. Steigt auch ein da. Wach mich das aggressiv. Und hier. Er ist ausgeraubt. Und die Sachen liegen davor. Und ich kann sie nicht mitnehmen. Alter, ich gehe jetzt auf hier. Nee, ist das so. Easy, lemon squeezy. Easy, easy, lemon. Och, Mann. Dein Ernst? Ey, die können die schon voller machen. Es lohnt sich gar nicht, dafür in ein Gefängnis zu gehen will. So nicht mal 1000 Dollar, ey. Ich finde, da sollte so ein Mindestwert von mindestens 1200 oder 1500 mindestens drin sein. Du gehst seit drei Minuten mindestens ins Gefängnis. So, what? Oh, und wir fahren erst mal wieder voll gegen Schild. Macht auch wieder Sinn. Auch ein Punkt. So, Leute. Hier, da. Und da. Und auch nicht, auch nicht, auch nicht. Oh, auch nicht. Leute. Ich habe keinen Bock. Hier, da ist einer. Das ist ja geisteskrank. Irgendwie selten die gekommen sind jetzt. Alter, Falter. Zack. 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 Und vor allem auch wieder nur drei Stücke drin, ey. Oh, mal gucken, was wir hier an der Straße finden. Ich glaube, ich meine da einen zu erkennen. Very nice. Und der ist auch noch grün. Auch? Ah, vier Sachen. Vier Sachen. Oh Gott, da hinten ist doch Auto gerade gekommen, oder? Bitte krieg es so. Spielt Bescheid, dass ich hier noch alles wenigstens mitnehmen kann. Alles mitnehmen kann. Alles. Alles. Oh. Oh, der BMW-Fahrer. Der will zu mir fahren. Ich glaube, die meisten sind so wie ich Automaten liebe, aber auch egal. Aber ich habe trotzdem fünf Sterne. Ich habe auch eine Waffe. Ja gut, ich könnte mich immer noch wehren. Daran muss ich denken. Wenn es soweit ist. Ja, am Bahnhof ist keins. Da hinten ist auch keiner. Okay, Leute. Dann checken wir beim Windrad ab. Oh, Polizei. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Beim Windrad ist keins. Bei der Bushaltestelle ist aber eins. Yeah. Oh. Das wird ein sehr langer Weg. Wir müssen so an die 30 Automaten ausräumen, wenn ich so um die Dings haben will. Ich glaube, 100 sind mittlerweile unrealistisch bei dieser Spawn-Rate. Mal gucken, Leute. Wie lange wir brauchen, um ansatzweise so in die Richtung zu kommen. 16 Energy-Dosen, 8 Kekse. Kekse verhältnismäßig auch sehr viel weniger. Als die Energy-Drinks. Im Farm-Shop ist keiner. Bei den Stromzellen. Da bin ich jetzt natürlich schon wieder rausgefahren. Aufgelaufen. Ja. Können wir hier nochmal lang dahin? Nee, ne? Doch. Oh, easy. Easy. Ja, da ist auch schon einer. Perfekt. Oh, man. Über diese kleinen Dinger. So unnötig hier. Weil das Auto tut sie jedes Mal so. Oh, der ist auch mal richtig gefüllt, Leute. Boah. Fünf Sachen, ey. Das ist doch mal so, wie ich es sehen will. So stelle ich mir einen richtigen Automaten vor. So sollten die jedes Mal aussehen. Tak, 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 tak. So, und da hinten ist keiner. Das sieht man von hier schon. Wir können mal beim ADAC wieder vorbeifahren. Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie oft war ich in dieser Folge, in dieser Folge, oder in diesem, ja doch in dieser Folge, beim ADAC, ey. Das ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal. Mindestens. Und er ist so ein Assi, ey. Oh mein Gott. Polizei, sehr gut. Sie verfolgt ihn. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Nur ein Bier getrunken. Ich habe immer Angst, Leute. Ich vertraue sowas nicht. Deswegen nie ganz reinfahren. Direkt wieder raus. Wir fahren hier raus. Schauen wir den Spreitakel da hinten nochmal an. Markus sagt nochmal, Items auffüllen. Kein Ding. Wenn wir gerade schon hier sind. Oh mein Gott. Ey, wie doof. Man sieht das einfach so spät. Alter, dieses Spiel ist so schlecht. So schlecht. Polizei ist hinter mir. Uh. Da ist keiner. Da ist keiner. Da war keiner. Stimmt. Dann kann ich jetzt durch die Innenstadt hier fahren. Könnte nochmal beim Autohändler schauen. Obwohl, da habe ich angefangen, glaube ich. I guess. Wie ist hier ein Partysicht? Da ist einer. Oh, da ist aber auch Polizei. Leute, seht ihr den da? Okay, ich sehe ihn, aber komme nicht an ihn ran. Wer macht da auch nix? Vielleicht lässt er mich auch in Ruhe ausrauben. Wer weiß. Wer weiß. Hat er sich gerade? Der arme Boy. Boah, der Keks, Alter. Der Keks denkt sich so, jo, ich wollte da hinten hin. Nee, er hat überlebt. Easy. Da ist keiner. Easy. Wir fahren mal einfach dreist an ihm jetzt vorbei. Oh Gott. Jetzt wollen sie zu mir. Jetzt wollen sie zu mir. Jetzt denken sie, haben sie mich. No way, Leute. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Wir schaffen easy zu flüchten. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Uh. Vollgas. Alter, drei Blitzer hintereinander mitgenommen. Das wird teuer, Leute. Ist halt so unfair. Der BMW kommt halt 0,0 gegen den Bugatti mit an. Aber hier ist auch nix. Der andere Bugatti, ja. Der kommt mit, aber ob hier ist auch nur der. Hm. Gucken wir weiter. Wieso verfolgt er mich, Leute? Jetzt kann jemand eindringen. Ich fahre mal wieder zum Hafen da hinten lang. Hier ist auch noch ein Automat, Leute. Perfekt, perfekt. Oh, ja, Leute. Logopel. Das ist, wie gesagt, kein Video für zu zweit. Moin. Wie gesagt, moin. Nee, Leute. Heute nicht. Heute nicht. Wie gesagt, ich fahre einfach nur dem Automaten auf. Da braucht ihr nicht mit dabei sein. Macht euer Ding. Am Ende muss ich hier meinen Automaten doppelt teilen. Ich habe auch das Gefühl, wenn ihr herumfahrt, dann nehmt ihr die auch mit. Bis. Das ist Wagen. Heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Das ist hier voller Polizei. Das ist hier kein Ding. Wir schaffen das hier. Aber wir haben ein Ultra-Spritschub-Verfahren. Ist hier noch einer? Ja, den habe ich auch mal, glaube ich, auch selber ausgeraubt. Okay, Leute. Dann loggen wir uns mal aus. Und wir gehen in den nächsten Server. Und hoffen, dass wir nicht jetzt hier in der Nähe von einem Polizist sind. Let's go. Oh, weiter geht's hier. Mist. Direkt Misserfolg. Oben an der Straße ist ausgeraubt. Großer Misserfolg. Das heißt, hier ist schon jemand eigentlich auf Raubtour. Wir fahren mal hier an der Piste hier entlang, wenn hier einer ist. Oh, ich fühle mit dir, Bruder. Ich fühle mit dir. Wir schauen mal hier. No. Okay, wir gucken mal oben. Neues Server, neues Glück, Leute. Badaboom. Da war schon Pech. Da oben war auch schon Pech. Haben wir hier direkt eine 5er-Row-Pech-Reihe hier direkt am Start. Hier haben wir auch Instant-Pech. Ich fahre einmal am Hafen kurz längs. Drehe eine Runde und dann fahren wir beim ADAC rein. Hoffen, dass wir bis dahin wieder ein paar Automaten haben. Leute, wir haben nicht mehr 20 Sachen. Ich bin schon keine Ahnung, wie lange dabei. Das glaubt ihr gar nicht. Ihr seht ja immer nur, wenn ich einen Automaten finde. Oder wenn ich zumindest irgendwie was zu erzählen habe zu euch. Aber ich glaube nicht, wie viele Plätze ich schon abgefahren bin, wo einfach keiner steht, Junge. Keiner steht. So. Krankenhaus. Steht auch keiner. Da steht einer. Bei dem kann ich noch was. Sehr gut. Oh, ich höre Schüsse. Oh, das ist ein guter Automat. Kekse. Kekse sind richtig und wichtig, Leute. Richtig und wichtig. Oh, da steht direkt der Nächste. Aber da locken wir die Polizisten halt direkt auf ein Place. Zweimal. Hintereinander. Die wissen direkt, was los ist. Und schnell weg. Oh, ja. Das ist Schüre. Hier wurde ich beim letzten Mal auch verhaftet. So richtig 31er mäßig. Okay. Okay, das steigt wirklich aus. Das ist ein Polizist. Oh, mein Gott, Leute. Habt ihr das gesehen? Sucht das. Oh, mein Gott. Scheinbar, aber... Oh, Mann, Leute. Da komme ich auch nur wieder raus, wo ich rein bin. Und so mal im Kreis. Nicht sein, dass die ersten Automaten, die ich es entlang mal wieder sehe. Und zwei Polizisten direkt bewacht werden. Okay. Easy. Ja. Nehme ich erstmal so hin. Auf, hier kommt keiner. Ich mach diesmal großzügig gucken lieber. Gut, mir sonst immer zu verhängen ist, wenn ich da ran gesucht hab. Leute. Alter, der ist auch gut voll gewesen. Sehr gut. Das hat einen Push gemacht, die beiden. Die waren pushig. Ah. Ey, SIK. Einfach wirklich SIK. Hä? What the fuck? Was war das denn? Hast du das gesehen? Jetzt fangen wir auf mir hin und her. Okay, der sucht mich auf jeden Fall. Wir brettern geradeaus, Leute. In der Hoffnung, dass uns niemand entgegenkommt. Ui. Ui. Ihr dürft ja hier. Darf man doch so schnell fahren. Schlechter Platz, um Leute zu bekommen. Bin ich ehrlich. Also relativ schnell fahren. Denn in der Kurve, Olof, wo man ja garantiert abbremsen muss. Und hier sonst nicht um die Kurve kommt. Ja, also der hat uns auf gar keinen Fall mehr im Blick. Oder weiß, wo wir sind. Aber ich hab den Automaten hier im Blick. Aua. So. Nur meinen Rücken sehe ich nicht, Leute. Zwei Wege zu mir sehe ich. Ah, da ist er. Nee. Gott sei Dank. Ist der Busfahrer. Oh Gott. Aber ich höre ihn. Wir fahren direkt weiter. Wir waren niemals hier, Leute. Niemals. Das wäre was gut. Hier ist ein guter Spawn-Rate. Habe ich bisher ganz gute... Oh. Wieder nichts. Ganz gute Dinger gefunden. Ganz gut gefunden. Hier ist auch keiner. Vielleicht bei der Polizei direkt. Wir sind mal so dreist. Bei SEK. Und Kriminella. Oh. Wir beteiligen uns. Wir beteiligen wohl uns, Leute. Ich gehe rein. Gott, Leute. Geht's hindurch. Da boxt sich schon jemand. Ich komm mit. Ich nehm hier auch. Kohlbarin mit, Leute. Goldbarin. Goldbarin. Okay. Polizei kommt. Polizei. Alter. Er hat sogar einen zweiten Sprengweg freigemacht. Oha. Weg, 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 weg. Weg. Einfach laufen, Leute. Das nehm ich mit. Das war ein Geschenk. Dass ich die Waffe ruhig verlieren darf. Mit die Schießerei, Leute. Alter. Da habe ich mich ja so aus dem Verkehr gezogen. Ein Energy Drink Opfern war. Einen Opfern war jetzt. Um weiter laufen zu können. Oha. Oha. Oh mein Gott. Wir fahren einfach mal. Okay. Alles klar. Alles klar. Okay. Beeilen. 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 Ganz schnell weg, Leute. Ganz schnell. Nein. Oh mein Gott. 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 Loco. Hier, Leute. Wer bin ich? Kein Ding. Wir gehen mal kurz kriminell. Wir gehen mal ganz kurz kriminell. De, 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 de. Kein Ding. Video kommt nächste Woche. So, Leute, wir fahren weiter. Kuss geht raus an denjenigen. Ich habe ihn gerade, ihn und mich gerettet, gleichzeitig, würde ich sagen. Wir müssen mal jetzt zu einem Dealer fahren. Nee, wir fahren zu einem anderen. Ohne Witz, den könnt ihr auch löschen. Ohne Witz. Da fährt doch keiner hin, wenn man den sieht. Keiner, Leute. Auf einmal, wenn es der nächste ist, I guess. Ja, ganz oben. Da wartet er ganz unschuldig auf mich. Dass er mir ein bisschen Goldbau an den Weg nimmt. Das ist so oben ungefähr wenigstens die Waffe finanziert, Leute, für die Folge, glaube ich. Das war nicht im Ansatz. Ja, 2000 fehlen, dann hätte ich sogar alle Reparaturen und ja, hier, das hier. Leute, ups, 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 ups. Alter, Blitzer, Fahrzeugreparatur, 1500 für, boah, Leute. So, weiter geht's natürlich für uns. Wir haben ein Viertel erreicht, Leute. Ein Viertel, da ist auch wieder keine. Ja, also meiner Meinung nach haben wir auch irgendwas an der Spawnrate gemacht. Hier beide Spawnpunkte wieder leer. Ja, auf jeden Fall komisch. Letztes Mal ging das alles viel, viel schneller, hatte ich das Gefühl. Guck nochmal hier die jetzt an. Haben wir jetzt gar nicht. Ja, da ist einer. Geil. Perfekt. Gucken, ob es die Polizei uns wieder jagt. Das Gefühl, wenn ich schneller fahre, fahre ich mit weniger Unfällen, Leute. Ich darf einfach nicht so vorsichtig fahren. Äh... Wollte eigentlich nur hinter mich gucken, aber sehe ich eh nicht. So, ey. Und zack, in die Tasche. Und zack, in die Tasche. Und flüchten, flüchten, flüchten. Flüchten. Okay, Leute. Tschung, tschung. Nichts, tschung. Batterida. Batterida peroo. Skabridu, Skabridida. Skabridu, Skabridu. Toilet, toilet. Skabridu, Skabridu, Toilet, Toilet. Wow, ich habe ihn nicht geräumt. Ich bin erstaunt. Kein Crash von hinten gehört. Aber er, das war so klar Alter, mein Auto ist gleich hinüber Lasst euch, am Ende des Videos Landen wir noch im Gefängnis Ah, wir müssen den Server auf jeden Fall wechseln Eieieiei, Leute Eieieiei Oh mein Gott, direkt Sirenen Oh, ich hasse dieses auch nicht Ach, Mann Doppelt Wer denkt sich so ein Spawn aus, Leute Jetzt mal im Ernst Genauso wie mit dem Dealer Wer dachte, yo Das ist eine geile Idee, das machen wir Den Automaten hier drin auch immer ignoriert Zwei Autos, die wir da Von denen ich hier ganz aus Hauptsache Du musst einmal komplett dahin sprinten Sonst er ist verloren, ey Mann, Mann, Mann Und raus hier aus der Käthe Oh Gott Nochmal Und raus hier aus der Rakete Da oben ist schon wieder keiner Ach, Mann, Leute Ich hab langsam keine Lust mehr Da hat ich's doch voll scheiße Eieieiei Sagt man nicht, Leute Macht man Da ist ja auch einer Ey, der will Stress jetzt Ey, sein Ernst Fight, 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 fight Oh, ich muss auch nachladen. Fight, 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 fight. Einen habe ich, Leute. Einen habe ich. Wo ist der andere? Der ist sogar ein SEK. Oha. Ich tauche. Die andere Seite. Oh no. Oh mein Gott. Ich hoffe, sie haben mich nicht gesehen. Schnell, 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 schnell. Loco. Schnell, schnell, schnell. Was eine spektakuläre Flucht. Schon wieder mein Auto kaputt, Leute. Okay. Also, ich könnte mich jetzt hier auf jeden Fall safe ausschlagen, Leute. Tun wir das mal. Oh. Ja, ich log mich hier mal aus. Wenn das geklappt hat, ne? Ja, Leute. Ich bin safe. Also, ich werde den Rest auf jeden Fall noch ein bisschen versuchen, offline zu fahren. Also, das ist ja echt nicht so interesting. Dahin ist noch schon mal der nächste. Sehr gut, Leute. Viel Spaß beim nächsten Video und danke fürs Zusehen. Und schaut in die Beschreibung, da findet ihr meinen Discord-Kanal, um nicht coole Events zu verpassen, Leute. Joined rein. Und wir sehen uns da. Tschüss.